Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chela und schau euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Chiefman Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden unter Berufe, in Schriftenkunde. Und dann haben wir hier Lanatels blutiger Federkiel. Und für diesen müssen wir einfach folgendes machen. Wir müssen den blutigen Federkiel von Lanatel herstellen. Das ist nämlich das Handwerkzeug hier aus dem Addon Battle for Azeroth. Und ja, ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet. Im Endeffekt müssen wir erstmal gucken, dass wir das Rezept kriegen. Wie bekommen wir das? Ihr müsst unter der Expansion Battle for Azeroth, also bei der Allianz Kul Tiras, beziehungsweise bei der Horde Zandala reingehen und dann schauen, dass ihr hier den Skill auf Minimum 150 bringt. Sobald ihr den auf 150 habt, könnt ihr dann als Allianzler hier in Boralos auf den Koordinaten 73-7 einmal eine Quest annehmen, beziehungsweise eine kleine Questreihe. Und bei der Horde gibt es dieselbe Questreihe quasi in Zuldasa, beziehungsweise in der Hauptstadt Dasa Alor. Und das ist irgendwo hier unten bei den Handwerkern. Fragt bei der Horde am besten mal eine Wache. Da bin ich mir nämlich nicht hundertprozentig sicher, wo der NPC ist. Aber irgendwo hier unten bei den Handwerkern müsste er auch stehen. Genau. Und sobald ihr diese Quest angefangen habt, beziehungsweise die komplett durchgespielt habt, gibt es am Ende halt das Rezept. Genau. Sobald wir das Rezept haben, brauchen wir ein paar Materialien. Und zwar brauchen wir drei Materialien aus Instanzen. Zwei Materialien, die können wir uns im Haar kaufen. Also hier die blutrote Tinte kostet aktuell 16 Gold. Eine könnt ihr im Haar kaufen. Und die grüne Tinte auch. Ihr könnt natürlich auch Kräuter aus BFA klein machen. Also malen, das ist euch überlassen. Und ja. Und dann haben wir noch Expulsum. Das zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Expulsum kriegt ihr darüber, dass ihr Items, die ihr aus der Expansion hier bekommt, in diesen Grabber reinpackt. Der ist bei der Horde auch in diesem Beruferviertel. Und bei der Allianz steht er halt hier in diesem kleinen Häuschen. Da können wir jetzt hier Items, die aus BFA sind, können wir jetzt hier packen, reinstecken. Und die werden dann klein gemacht. Und wir kriegen dann halt hier so ein paar Materialien raus, wie ihr seht. Und alle 10, 20 Items, die ihr klein macht, kriegt ihr halt Expulsum raus. Das ist halt eine Handwerksmateriale. Die ist sehengebunden, die könnt ihr halt auch nicht kaufen, leider. Kleiner Extra-Tipp. Wenn ihr viel Expulsum schaffeln wollt, geht nicht in die Wildbahn und sammelt so Items, sondern craftet euch was. Und zwar zum Beispiel mit dem Schneider könnt ihr Handgelenke craften. Die kriegt ihr so beim Skill 1 schon. Also Schneiderei, Skill 1 in BFA. Könnt ihr direkt diese Handgelenke bauen. Die kosten 10 Stoff und 5 Fäden. Die könnt ihr alle Maha kaufen. Und die craftet ihr halt dann. Wir sind nicht 10, 20, 100 von den Dingern. Schickt die auf einen Inschriftenkundet-Jar. Macht die klein. Und dann habt ihr euer Expulsum. Genau, so viel dazu. Also die Materialien haben wir schon mal abgedeckt. Und dann haben wir jetzt noch den Spaß hier. Und zwar, das erste was wir haben. Geronnenes Miasma. Das gibt es einmal im Tiefenfuhl. Und da ist es egal, in welcher Schwierigkeitsstufe ihr reingeht. Wir müssen den Tiefenfuhl rein. Und zwar die Blutrolle umhauen, die am Anfang vorm ersten Boss sind. Bedeutet, wir müssen einmal nach Zandala. Dann nach Nazmir. Hier haben wir den Tiefenfuhl auf den Koordinaten 52, 6 und 64. Der ist ein bisschen, ihr müsst dann so eine kleine Höhle reinfliegen. Und dort ist es dann so, dass wir dementsprechend, ich zeige es euch jetzt mal auf der Map. Und dann haben wir hier den Tiefenfuhl. Wenn ihr hier reinkommt in die Instanz, hier am Anfang sind Blutrolle. Die haut ihr um. Ich habe zwei Runs gebraucht. Also rein, Blutrolle umgehaut, raus, resettet, nochmal. Und dann hatte ich meine 50. Keine 5 Minuten hat das gedauert. Und den Boss braucht ihr nicht machen. Dann könnt ihr nämlich auch schön zum Beispiel Mythic resetten, wenn ihr wollt. Gut, das zweite Item, was wir brauchen, ist der Spaß hier. Und zwar uralte Blutpigment. Und das kriegen wir von insgesamt vier verschiedenen Worldbossen. Und diese Worldbosse sind dementsprechend, ja, die von der ersten Season. Und es sind immer andere ab. Ich kann euch mal zeigen, wo zum Beispiel einer ist. Also ich habe den Vogel heute gekillt. Und zwar war der jetzt bei mir in Zandala. Hier, ihr habt dann übrigens auch ein großes, nee, oder irgendwo hier war der, so ein großes Symbol auf der Map, wo der Worldboss ist. Ich kann es euch mal auf dem zweiten Account zeigen. Warte mal, den ziehen wir mal kurz rein. Bei dem müsste es noch am Start sein. Zandala, Zuldasa. Und ihr seht hier, dass dieses epische Symbol, das ist immer der Worldboss. Yin Cara schimpft sich. Der ist, der kann das droppen. Dann gibt es unter anderem einen Worldboss, der hier ist. Der kann das droppen. Dann gibt es, glaube ich, einen Worldboss. Halt, falsche Insel. Der hier oben hockt. Der kann es droppen. Und dann gab es, glaube ich, noch in Nazmir hier einen. Also diese ganzen können das droppen. Da ist halt immer ein anderer da. Aber einer von denen, die es droppen kann, ist immer am Start. Müsst ihr halt gucken, welcher bei euch da ist. Jede Woche switchen die halt durch. Genau. Und das letzte Item, vergoldete Feder, die kriegen wir einmal in der Königsruh. Und die Königsruh ist auch auf Zandala. Und dann Zuldasa. Und dann haben wir hier oben die Instanz Königsruh. Und da müsst ihr rein und haut einfach nur den ersten Boss um. Also heißt, ihr müsst dann einfach nur hier den ersten Boss, die goldene Schlange, töten. Und warte mal, wir können jetzt vielleicht, wo müssen wir da? Auf die Map. Genau. Also ihr kommt hier rein. Haut hier alle Trashmobs um. Beziehungsweise hier hinten müsst ihr so ein Ding klicken. Dann spawnen die Trashmobs. Und dann, wenn ihr Trashmobs gekillt habt, kommt die Schlange. Die haut da um. Alle Sachen droppen zu 100%. Und sobald ihr den Käse zusammen habt, haben wir alle Materialien und können das Teil einmal bauen. Und ja, wenn wir es gebaut haben, zack, kommt dann einmal ein Achievement. Beziehungsweise es gibt sogar noch ein Meta-Achievement, wenn wir alle Handwerkswerkzeuge gebaut haben. Das habe ich jetzt gerade damit abgeschlossen. Juti, damit sind wir durch mit einem kleinen Achievement-Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.